. Ciao zusammen, hier ist Baschi. Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die neue Welttournee 2011. Wir stehen hier vor CapTech, Wasserstrahlen, Schneidetechnik AG und holen unsere ersten Elemente ab für unsere Bühnenschau. Kommt doch mit, mal schauen. Klopp und sag Hallo zusammen. Wir sind jetzt auch schon wieder im Auto. Es hat sich beworheitet, was wir angenommen haben. Nämlich, dass sie schon abgeholt worden sind von unserem Lichtler. Und wir probieren ihn jetzt so schnell abzufangen auf der Autobahn. Achtung Glitzer. Und dass wir auch noch schnell einen Blick erhaschen können auf die wunderschönen Teile. Also, wir sehen uns genau. Hier in der Sitz. Ich danke Gott für Es ist Samstagnacht in meinem Revier. Ist ein Grabstein, ist ein Thema. Wir werden an dieser Stelle noch nicht zu viel verboten. Alles im Weiteren. Kommt später. Schau, der Junkie mit dem Bankhöf Der Happy mit dem Gangster Das Wegnet mit dem Bitz muss der Himmel sein. Es ist Samstagnacht Und der Klob vibriert. Das Wegnet mit dem Bitz muss der Himmel sein. Es ist eine Sinne, die wir an der Sitzung von Bitz, Wir werden die Einladung mit dem Bitz. Amen.